Hallo, ich bin Katja von Bob's Garage. Ich möchte euch heute gerne unser neues Hands-On Display vorstellen. Für alle Bikeholder & Gears-Fan, die Partner werden möchten und ein schönes Ausstellungsstück brauchen, möchte ich euch das vorstellen, wenn es optimal ist. Damit könnt ihr alle unsere Produkte wunderbar präsentieren, ihr könnt beraten. Wir haben hier die Bikeholder-Systeme, alle Varianten schön dargestellt. Es gibt hier auf der Seite auch auf den Plakaten Bilder, die hilfreich sind, um gut zu erklären, welche Möglichkeiten ihr alle habt für den Einbau. Hier oben läuft permanent, könnt ihr Videos laufen lassen, in Dauerschleife oder ganz konkret auswählen. Dann haben wir hier Schlauffächer, um Produkte auch zu lagern, direkt für den Verkauf, in der Verkaufsfläche. Und wenn wir hier rumgehen, wie ideal ist natürlich einen schönen geräumigen Platz zu haben, um auch beide Seiten gut auszustellen. Hier präsentieren wir die neue YORS Regalsysteme mit verschiedenen Montagevarianten und Optionen. Hier kann man alles super erklären. Die Kundschaft kann alles auch anfassen und anschauen. Wir haben alles etikettiert und oben an den Plakaten noch Erklärungen angebracht. Dann kommen wir wieder hier rüber. Dann haben wir einen Rundgang um das ganze Display und haben hier nochmal ein paar Zuhörthemen ausgestellt zum Thema Bikeholder. Ich freue mich von euch zu hören. Wenn du Interesse hast, melde dich. Wir machen gerne ein Angebot und freuen uns auf gute neue Partnerschaften. Danke, das ist euer Bob Gerascht.